Jetzt. Gehen wir mal so weit nach Norden wie es geht. Hm. So, jetzt habe ich es aber. Da müsste ich ja theoretisch hier in das... Warte, wo bist denn du? Ganz oben. Ganz, ganz oben. Ganz, ganz oben. Ich komme, ich heile, ich fliege. Dann brauchen wir ja theoretisch eine rote Schlüsselkarte. Ich muss ja noch einmal nach oben, warte. So, oder wir müssen uns so eine Attrappe machen. Du bist aber stockwerk drüber, ne? Ach, ich bin eins drüber über dir? Ja, ich bin ganz unten. Ach, ganz unten. Ich habe gerade gefragt, ob du ganz oben bist. Ganz oben im Sinne von Norden. Ganz im Norden bin ich. Da bin ich. Da, okay. Komm, zeige mir wohin. Hä? So weit nach Norden wie es irgendwie möglich ist. Das Problem ist, da müssen wir theoretisch eigentlich ins andere Gebäude. Ich muss mal aufpassen, ich darf nicht durch ein... Metalldetektor. Metalldetektor laufen. Das heißt, wir müssten uns eventuell mit einem Wachmann prügeln? Müssen wir zumindest die rote Karte, äh, Keycard kriegen. Dafür müssen wir erstmal wissen, wer einer hat, wa? Mhm. Boah, wie kriegt man das denn noch raus? Irgendwie nur dich mit ihm anlegst. Okay, ich nehme mal den ersten, den ich sehe. Also, du musst, glaube ich, wenn er am Boden liegt, dann kannst... Oder wir warten mal, bis in einer Kantine Brügelei ist oder so. Da geht ja zwischendurch auch mal einer down. Sorge beim Sport für eine Ablenkung. Was brauchen wir denn für ein Fälschertool? Schlüsselkarte Kopie brauchen wir. Kabel, eine Platine und... Eine Platine habe ich. Dann brauchen wir Kabel, Platine und die rote Karte. Und dann können wir uns eine falsche anschaffen, wenn wir auch noch Plastik haben. Okay. Geschmolzenes Plastik. Geschmolzenes Plastik kriegen wir aus... Feuerzeug, glaube ich, habe ich. Zahn, Pistole, Kamm. Okay. Ich guck mal, was ich da hab in der Zelle. Ich habe ein Plastikmesser, aber ich habe kein Feuerzeug. Ich habe Draht und eine Batterie noch. Okay. Draht brauchen wir. Draht? Habe ich. Ja, Draht brauchen wir für die... für das... für die Kopie. Ich suche mal ein Feuerzeug. Ich suche mal mit. Feuerzeug, ein Kamm oder eine Zahnbürste. Ich habe ein Feuerzeug. Ich habe ein Kamm. Ich habe ein Kamm. Ich habe ein Kamm. Dann komm mal zu mir. Legst mir das ins... äh... Oben ist meiner. Okay. Soll ich den Rest auch mal eben holen? Kann man das ja soweit schon mal... Ah, jetzt ist erstmal Frühstück. Jetzt gucken wir erstmal, ob jemand eine rote Keycard hat. Irgendwer bestimmt. Was schon mal eine Waffe basteln, wa? Hm. Na, wenn wir einen Wetter verklappen wollen. Definitiv. Wie war das? Mit Seife und Socke oder wie? Zum Beispiel. Ach, Manu. Ich kann nicht bleiben. Ich muss arbeiten. Ja. Ach, dann verprügeln wir halt demnächst eine Wache. Erstmal müssen wir jetzt eine Waffe basteln. So, wachen Leute. Geht mal bitte alle vorbei. Ich müsste mal hier rein. Mal wieder bei Lya in die Zelle. Aha. Ja, ich muss ähm... ...ne Büroklammer verschwinden lassen. So, so. Ich hab euch grad runtergespült. ...uh, Momin. Sorry, ich muss. Sorry, come on alle. so arbeit fertig das krieg irgendwie wieder wieder los prösen architekt zu bauen zu spielen ich hab auch schon ewig nicht mehr gespielt gehts du von der egal cool ein sheriff stern habe ich schon mitnehmen ich wollte schon immer mal sheriff sein Pfff. Mhm. Sport. Ah, noch ein Sheriff-Stern. Nein, scheiß auf den Sheriff-Stern. Die prügeln sich... ach, schade. Nicht genug, um den Wächter auszunocken. Er kam noch ein Zweiter und hatte direkt Handel. Ach, verdammt. Haben sie ihn zu zweit mal trittiert. So, Fitness habe ich jetzt auf 100. So, was suche ich? Seife und ne Socke? Irgendwas, was ich... ich muss mal gucken, was man so zur Waffe machen kann. Na, guck mal mal. Können wir den zu ner Waffe machen. Kamm und ne Rasierklinge, haha. Trennseide. Dreimal Zahnseide, kannst du Trennseide machen. Äh, Nacken und Seife. Mhm. Kannst auch zwei Stück Holz und ein Klebeband nehmen, dann hast du einen Baseballschläger. Sockenkeule, Socke und Seife. Fehltreiber. Was ist denn das mit Batterien? Zwei Batterien sind... ... aneinander gekoppelt. Eine hätte ich. Ah, ich suche gerade, was das ist. Da. Energiemodul. Draht, zwei Batterien. Ich habe eine Batterie und ich habe noch ein Draht. Ah, dann hole ich mal die zweite Batterie. Und pack sie bei dir an den Schreibtisch. Dann kann ich nämlich einen Viehtreiber bauen. Zack. Ja, ich gucke mal, dass ich mir auch irgendwie eine Waffe mache. Ja, den Fehltreiber, den habe ich ja gelernt, durchs Telefon. Toller Metallschlagstock. Okay. Und noch ein Eisenrohr und Klebeband. Klebeband habe ich nicht. Noch nicht. Den finde ich. Jess hat Klebeband zu verkaufen. Ja, mit. Achso. Achso. Ach, guck mal, wie krass. Ich bin schon beim Mittag. Ich komme dazu. Vielleicht wird sich ja geprügelt. Ja, notfalls nicht. Dann kann ich ja auch was essen. So lange. Achso. 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 Könntest du Lea feuern lassen? Könntest du mal bleiben lassen? Ja, die möchte du einen zuckern. Ohne Waffe? Schön. Hier sind vier Stück drin, ne? Ja, ok. Stück da wieder. Hm. So. Ähm. Apel. So, ich war da. Ich kann mich blicken lassen. Ich auch. Ich habe zwar keine Zeugen dafür, aber... Hier ist auf jeden Fall schon mal Seife. Tuch und Seife geht auch. Das ist gut. Wo bist denn du? Ich bin hier unten. Eine Etage über dir. Ja, ich lauf mal in deine Bruchbude. Ich tu dir da mal was in deinem... Unten war das, ne? Deins ist da. Ähm... Das ist ein Laken. Kommst du mal hoch? Weiß ich nicht. Komm doch an, was wir jetzt haben. Arbeitszeit. Ja, ich muss erst eben arbeiten. Und dann? Was ist oben? Ich habe da oben was gesehen mit Tast zu drücken, wo wir aber zu zweit hin müssen. Ganz oben? Nee, auf der Etage, wo ich arbeite. Ach so. Ja, hier ist eine Taste, aber... Ich muss doch erst mal hinkommen. Ach da. Ich glaube, ich brauche eine Schlüsselkarte. Ich komme da nicht rein, wenn sie die Tür aufmacht. Ah. Interessant. So, Arbeit fertig. Also, dafür brauchten wir dann die rote Schlüsselkarte, ja? Also, oben ist eine, da brauchst du eine Schlüsselkarte. Damit du überhaupt da hinkommst. Ich muss mal kurz den Klo überfluten gehen. Oh, danke schön. Oh, ich habe Sporn dabei. Damit gehe ich jetzt nicht in die Dusche. Nicht? Gerekt, ne? Was? Was hast du dabei? Nichts! Was hast du in der Hand? Eine Schere. Nichts! Nein! Eine Seifenkeule. Du... Ich muss nur einen verfickten Scheißschrank finden, wo die mich nicht sofort finden. Das heißt, ich muss sie irgendwie... Hier werden genug Schränke. Ich gehe jetzt noch mal an Brot. Ich hoffe, die hauen mir nicht direkt aufs Maul. Ja, wie viel Aufsehen hast du erregt? Ja, wie viel Aufsehen hast du erregt? Ich habe gerade 70. Ja, du solltest dich mal rezent zurückhalten. Das liegt ja nicht vorhanden. Das liegt ja nicht vorhanden. Und jetzt bleibt trotzdem die Frage, wollen wir einen Wärter umknüppeln? Müssen wir ja. Wir brauchen ja... Wir müssen wissen, wer welche... Ich hätte hier gerade einen bei den Zellen, der alleine ist. Aber ich glaube gleich nicht mehr. Geht jetzt nämlich rein. Ja. Der ist reingegangen. Da kannst du nicht durchgehen. Und ich kann da nicht durch. Aber hier, hier ist einer. Durchsuch ihn. Autsch! Du musst dir einfach nur angucken. Da war aber keine rote Schlüsselkarte. Nur ein roter Schlüssel. Verdammt. Ich weiß nicht, ob wir eine rote Schlüsselkarte oder roter Schlüssel brauchen. Wie heißt der denn? Wie heißt nur? Ray. Spray. Spray. So. Autsch. Den roten Schlüssel brauchen wir. Ich tue mal noch ein bisschen was für die Stärke. Ah, ist auch fast auf 96. Äh, auf 100 meine ich. So, meine Stärke ist auf 100. Das ist die Frage. Ich glaube da brauchen wir einen Schlüssel, keine Schlüsselkarte. Schlüssel brauchen wir ja nur. Plastik, ne? Hm, das heißt einer von uns muss den umknüpfeln und der andere muss ganz schnell. Guck aber noch mal. Schlüsselform. Ja. Schlüssel herstellen. Ja. Form und nochmal Plastik. Okay. Das heißt wir müssen Ray umklatschen. Hm. Das heißt wir müssen Ray umklatschen. Okay, Plastik alleine reicht schon. Ja. Alles, egal was. Ich hatte gerade eine Seifenkeule. Was kann ich denn noch schönes machen? Ich bleib mal hier in meiner Ecke. Ah, toll. Nein, ich gehe jetzt nicht gerade zum Appell. Appell. Ich war da. Ich werde da gesucht. Glaub ich zumindest. Ja. Äh. Lauf irgendwo hin, wo ein Schrank ist. Ah, du kannst ja auch nicht blocken die Wachen, ne? Ich werde jetzt abgeschossen. Das war's. Ach verdammt, ich habe gerade noch einen Dings ab umgeklatscht, der alleine war, aber mit seinem letzten Schlag hat er mich noch gekriegt. Also Plastik herstellen. Komischerweise schlägt er auf Plastik an. Naja. Ja. Okay. Aber die bringen den jetzt. Ich kann den nicht. Danke. Oh, ne. Echt jetzt? Ja, du hast mich umgehauen. Ah, scheiße. Ja, ab in die Zelle. Jetzt kriegen wir dafür noch einen auf den Sack. Ich kurier mich erst aus. Bis dahin bist du noch nicht abgelaufen. So. Also, Plastik herstellen. Zweimal brauchen wir das Plastik. Und ich brauche noch Feuerzeug. Okay. Zwei Kämmer. Zwei Kämmer. Zwei Kämmer. Die Wand nehme ich mit. Alles reagiert. Selbst schon. Scheiß Klebeband. Da. Ich habe mich versteckt. Das für Detektoren, ey. Das für Detektoren, ey. Ich blinker schon mal nicht mehr. Ich werde nicht mehr gesucht. ich glaube doch ich bin gerade mehr vorbeigegangen keiner hat mich angesprochen ok ich habe keine arbeit hast dich suchen feierzeug dann müsstest du den umknüppeln ich muss gerade erst mal schuhe machen ja wenn ich Plastik hat oh der hat eine tote Ratte fertig fertig oder nur plastik geht auch in die küche ja aber ich weiß damit kannst du ja nichts anfangen kannst du das nicht schmelzen nein nur aus zahnbürsten und ich brauche die richtige schlüsselkarte hier oben also brauchen wir rote schlüsselkarte da oben aber ich bin ja nicht oben sondern ich bin ja ganz im norden in der tür gewesen ja und da ist ein treppenhaus so Das war's für heute. Es wird ja irgendwo so einen blöden Kamm geben. Oder nicht? Ich hab keine Ahnung. Ich hab einen. Ich brauch noch Feuerzeug. Also ich brauch noch ein Kamm und Feuerzeug. Ich hab keine Ahnung. Ich brauch noch was schmuggeln. Oh, Verruf. So. Was kann ich jetzt? Duschen? Mittag. So. 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 So.